Trashs Weltelite Yas Chemiepark Wurstfabrik Schlaf mit der Sooi Naja beim umziehen hat er sich eh schon angegrebt Jeden Tag in die Hose pipinen Teilnehmerin vom Dschungelcamp Die erfolgreichste Show M Hadi into the In Therapie Ganz normal R M Psycho Camp Einlauf Papawit wird sicher stolz sein So ich Email noch schön Mittagessen Alles Gute nochmal zum Geburtstag und jetzt gibt es das Dschungelcamp. Zum ersten Mal schaue ich da rein. Ach, ob ich kotzen werde? Ich hoffe nicht. Servus, Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von dem Dschungelcamp in Deutschland, nicht in Australien, wie sonst immer. Ja, das ist das erste Mal, dass ich ins Dschungelcamp reinschauen werde. Ich habe keine Ahnung, was ich mir erwarte. Deswegen würde ich sagen, den Fan-Dirg dann mit der ersten Szene. Viel Spaß mit der anderen Stunde. Los geht's! Zwölf Stars und 231 Kollegen wären jetzt in Australien. 231 Personen, um ein Format zu produzieren. Da sieht man erstmal, wie viele Leute auf YouTube eigentlich Arbeit reinstecken müssen, um die Arbeit von 231 Personen zu ersetzen. In einem Fernsehstudio im malerischen Hürz. Hürz? Ja, Hürz. Da, wo die letzten 14 Staffeln auch gedreht wurden. Zwischen Chemiepark, Wurstfabrik und zerbrochenen Träumen. Das ist doch perfekt. Das sind die Lieblingsorte der Stars. Entsteht hier, die härteste Show der Welt. Die Show ist ganz neu, oder? Äh, ist sie neu? Die Show wurde die letzten 14 Jahre, soweit ich weiß, nur immer mit neuen Personen aufgewärmt und direkt wieder serviert. Alter, ey, that is it. Zwölf Bewerber geben alles, um ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis zu stellen. Die Kandidaten wurden dieses Jahr auch einfach nur aus anderen Formaten hergenommen und aufgewärmt. Nummer 1, Prince Charming. Nummer 6, Kampf der Reality Stars. Nummer 7, Ex on the Beach, Couple Challenge und jetzt auch noch hier. Nummer 8, Like I'm Famous. Nummer 9, auch irgendwo hab ich den mal gesehen. Nummer 10, ebenfalls Couple Challenge. Ja du, wenn man sonst keine Arbeit hat und von den Gagen der Shows leben muss, dann viel Spaß. Aber nur einer gewinnt 50.000 Euro und das goldene Ticket. Und natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dem Haupttreibstoff im TV-Business, damit man für nächste Formate auch wieder gebucht wird und mehr bezahlt bekommt, weil man ja berühmter ist. Ich möchte es einfach in meiner Biografie haben. Teilnehmerin vom Dschungelcamp. Andere Menschen möchten Lebenswerke hinterlassen, die die Welt verbessern und RTL-Stars möchten ins Dschungelcamp. Naja, nicht alle Menschen sind auf dem selben Niveau, ne? Überleben auf engstem Raum. Müssen alle 12 Kandidaten auf 18 Quadratmeter leben oder wieso ist das sonst eng? Ich sehe das Format zum ersten Mal und wie ich sehen kann, geht es eigentlich nur darum, dass man tropische Tiere in einem engen Raum mit hysterisch herumschreienden Menschen gefangen hält und sie damit quält. Der Dschungel kann alles in der Karriere und im Leben, glaube ich, verändern. Denn wie wir wissen, negative Publicity ist immer noch besser als gar keine Publicity. Deswegen ab zu RTL, wenn du famous werden willst. Ich kann das nicht! Ja, es geht hier um den Dschungel, die erfolgreichste Show. Überhaupt! Xenia, Gabriela, Florence, Sophie, ihres Prinzessin von Sachsen, Herzogin zu Sachsen. Die Dame, die sehr viel unnützes Zeug labert und sich diesen Namen von einem sächsischen Autor schreiben ließ. Und wer gewinnt die große Dschungel-Show? Ach, wenn ich mal überlege, die Kandidaten, die hier dabei sind, die heulen in anderen Formaten schon, wenn jemand ihr Frühstücksei weggegessen hat und sie dann Toastbrot essen müssen, wie soll das dann hier gut gehen? Wie? Herzlich willkommen zu... Das hier ist nicht das Dschungel! Aber es ist doch dasselbe Studio wie in den letzten 14 Jahren. Was ist denn anders heute? Und jetzt kommt die richtig gute Nachricht für alle, die Reality und Trash so lieben. Wie soll ich auch nicht? Ja, wir sind ja nur wegen Trash-Divita. Das ist nicht mal mehr Trash-Divita. Das ist eine riesengroße Mülldeponie. Nee, wir haben dieses Jahr zwölf Kandidaten in der Auswahl, die gehören in dieser Kategorie zur absoluten, ich möchte mal sagen, Welt-Elite. Mir kommt vor, ich hätte gelesen, dass RTL Probleme gehabt hat, Kandidaten zu finden, die in der Show mitmachen. Und anscheinend haben sie dann einfach die Leute genommen, die sich einfach für nichts zu schade sind. Ja, und nach 14 Staffeln sieht man, sind die Moderatoren auch schon mit ihren Nerven komplett durch. Sie hat IQ 132 und ich bin schwanger. Ja, soviel dazu, ab zur nächsten Szene, sie wird nicht besser, es geht nur bergab in der Show, es geht nicht bergab. In diesem Jahr haben wir endlich mal keine Alt-Stars, sondern zwölf frische, neue Gesichter. Neue, frische Gesichter, die letztes Jahr in etwa fünf Formaten zu sehen waren, das ist so exklusiv, das gibt's nur bei RTL. Kandidaten dieser Güterklasse, ja, die findet man in dieser großen Kiste mit Bewerbungen, die seit Jahren beim RTL in der Ecke steht. Es ist so geil, wie die Moderatoren die Kandidaten einfach so komplett runter machen und so als nutzlose Kandidaten für RTL darstellen. Wir haben einfach das Dschungel-Klo genommen und da das ganze Cap reingebaut. Ich meine, ich würde es echt feiern, wenn sie zwölf Personen auf 18 Quadratmeter reinstecken. Boah, das wäre ultimativ geil. Im Tiny House hocken unsere zwölf Bewerber nicht nur sprichwörtlich aufeinander. Und einer der zwölf Bewerber ist der Herr Fußbruch. Nur dieses Thema auch immer, ja Fußbruch, wollen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf, können wir nichts machen. Ja, die anderen Formate wollten ihn als Kandidaten nicht annehmen, aber für das Dschungelcamp, da reicht's allemal. Was sind denn alles für Wohnwagen hier? Die Tür geht nicht auf. RTL schafft es aber auch aus dem größten vergammelten Industriegebiets eine Show aus der Nase zu ziehen und alles schön zu präsentieren. Hallo. So, jetzt sitzen die Haare nach zwei Stunden endlich mal. Ich bin in Therapie. Ganz normal. Ich sag's euch, das wird kein Dschungelcamp, das wird eher ein Psychocamp, so wie es ausschaut. Ich hab immer gute Laune. Ich möchte nach Hause. Ja, seht ihr, wie meine Nerven förmlich dahin schmelzen, dahin absterben. Keiner ist so richtig prominent und ein negatives Ergebnis haben die schon seit Jahren. Und nicht nur die Moderatoren zerstören die Kandidaten mit geilen Sprüchen, sondern auch... Das ist doch kalt. Also mir ist ja schon hoch. Ich war eigentlich auf Australien eingestellt. So, ich sieht ja aus wie ein Topmodel. Egal, was ich sag, ich glaub, ich kann's einfach nicht schaffen, etwas beleidigenderes als die Kandidaten oder die Moderatoren zu sagen. Ich kann da frei Haus raushauen, was ich will. Meine Karriere hat gestartet damals, 1992, als ich geboren bin. Und seit er geboren bin, ist, heißt er wohl auch nie zur Schule gegangen, sondern hat bei RTL gelernt. Ich geh hier nicht einmal pipi. Nicht. Nicht einmal geh ich hier pipi. Nicht? Also drei Wochen will sie jeden Tag in die Hose pipien? Ja, ich schlaf mit der Zoe. Du schläfst mit mir, okay. Naja, beim Umziehen hat er sie eh schon angecreept, während sie sich oberkörperfrei umgezogen hat. Und für was sind für unseren lieben Herren Frauen noch da, außer nur zum Anglotzen, wenn sie nackig sind? Boah, da hat die Zoe ja echt viele Arbeit, ne? Kochen, spülen, aufräumen. Ja, danke. Ja, und das war bestimmt nicht seine letzte Aussage zum Thema Frau ist gleich Hausarbeit. Noch dankbarer für die Zeit, die ich mit Laura habe. Ist sie auch eine Influencer. Ey, Franz Josef, ist deine Freundin auch so eine Krankheit, so eine Influencer? Boah, ey. Drei Bewerber leben drei Tage im Tiny House und machen drei Prüfungen. Und einer der drei fliegt dann jeweils raus. Dann ziehen die nächsten drei ein und das machen wir dann so lange, bis wir acht Kandidaten fürs Halbfinale haben. Ach schade, ich dachte wirklich, dass alle zwölf Kandidaten auf einmal in dieses kleine Häuschen reingeschickt werden. Ohne das Dschungelcamp, ich wäre ja niemals so berühmt geworden und hätte diese internationale Karriere gemacht, von denen die alle träumen. Ich meine, er sagt es ja selbst, er hat nie wirklich was für seinen Erfolg machen müssen. Er hat einfach die Reichweite von RTL genutzt und hat sich einfach damit was aufgebaut. Ey, ich kenne keinen einzigen von den Kurken. Fußdings? Von den Kurken? Wirklich, also. Ja, aber so eine Lena Müll kenne ich ja auch irgendwie nur aus einem Format, wo sie sich beliebt machen wollte. Like me, gib mir Likes, irgendwie sowas. Endlich geht es richtig los. Die erste Prüfung steht an. Und wie lautet der Titel von Prüfung 1? Denn die erste Prüfung heißt tierischer Einlauf. Na du, diese Unterhaltung wird in drei sicher gut gefallen. Ihr werdet einige Tiere da drin haben, die Wasser lieben. Die werden sich sicher freuen. Oh, ich stehe. Ah, ich schaffe. Ne, ich mache nichts. Wollen wir hier? Gibt es seit 14 Jahren keine Anzeige wegen Tierquälerei? Ich meine, die Tiere werden dann mit hysterisch schreienden Menschen in eine kleine Box gesperrt. Wenn man einen Menschen zu einem Elefanten ins Gehege sperren würde, oh, da wäre gleich ein Aufstandsdar. Genau, nach da, nach da, nach da, rüber, nach da rüber. Links ist das. Genau, links von dir, links von dir, links von dir. Die Zoe bekommt doch einfach gar nichts auf die Reihe. Sie muss sich jeden Lösungsweg genau erklären lassen und versteht noch nicht mal, was ihr erklärt wird. Kannst du tauchen und dir das unter Wasser anschauen? Nee, tauchen ist nicht so dein Ding. Oh, wie blöd. Tauchen ist nicht so ihr Ding, aber bevor die Challenge angefangen hat, hat sie noch das gesagt. Alles, was mit Wasser ist, davor habe ich recht wenig Angst. Ich hoffe, es wird irgendwas Sportliches oder mit Wasser. Herzlichen Glückwunsch, ihre Willensstärke ist nicht vorhanden. Ja, dann tschüss, dann geht auch gleich wieder heim. Eigentlich möchte ich es zum größten Teil meinem Papa beweisen, wie taff ich bin. Ja, du, das hat sie noch fast geschafft. Papa wird sicher stolz sein. Stückchen noch, Stückchen noch und dann hoch, dann hast du den. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Wirklich tolle Anweisungen. Er schreit Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch, aber er sagt nicht in welche Richtung. Das wäre halt auch mal gut. Bisschen Stückchen noch nach links. Du weißt, dass der Mund schließbar ist. Den kannst du einfach zumachen und dann kannst du unter Wasser. Dann kommt kein Wasser rein. Wer es gerade nicht ganz mitbekommen hat, der Moderator hat ihr gerade erklärt, wie man taucht, indem man den Mund schließt, weil dann kommt kein Wasser in den Körper rein. Ich weiß nicht, sie ist unter Wasser, hat nicht auch eine Brille auf, aber sie sieht anscheinend irgendwie nicht, dass das Labyrinth, wo sie gerade reinfährt, einfach eine Sackstraße ist. Ich weiß nicht, das versteht sie nicht. Die sucht in deinen Haaren. Sie sucht meine Haaren. Ja, soviel zum tierischen Einlauf, da ist sie wohl am falschen Ende, wenn sie in den Haaren sucht. Nein, auch was. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Es ist vorbei. Ja, warten wir noch. Sie hat's komplett verkackt und die drei Kandidaten haben am Ende nur drei von neun möglichen Sternen ergattert. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht, ehrlich. Ich hätte wie viele Worte. Aber auch nicht zu gut. Ja, sie hat's eh gut gemacht, aber sie hat halt leider nichts gemacht, außer die Tiere mit dem Geschrei zu quälen, aber sonst hat sie alles gut gemacht. Ich hasse das, wenn ich nicht sehe, was auf mir drauf ist. Und wie ist das dann, wenn's in ihr drin ist? Alter, was kannst du schreien? Ich bin fix und fertig. Ach, danke, Herr Fußbruch. Ich verstehe dich, dass du vom Geschrei fix und fertig bist. Du hast dir das ein oder andere Mal geschrien, Zoe. Das sind feine Kommentare, sehr, sehr fein. Deutschland 2021, bei uns tragen die Mitarbeiter nicht nur Masken, sondern seit gestern auch Gehörschutz. Und bald auch Atemschutz, denn jetzt erstmal eine schöne, gesunde Beruhigungsstange. Du hättest einfach mehr von mir erwartet. Naja, sie hat sich leider doch nicht beruhigt, sie bleibt selber von sich selbst sehr enttäuscht. Und ich wünschte, ich hätte in der Hinsicht einfach mehr von meinem Papa. Blöde Sache, weine dich aus, du hast ja 24 Stunden Zeit, bis zur nächsten Folge. Indem ihr richtig reinhaut. Wir sehen uns nämlich gleich bei der nächsten Dschungelprüfung, Socklichkeitsprüfung. Also macht euch fit, wir sehen uns gleich. Also wird es in Folge 2 eine Prüfung geben und... Du hast du irgendwo ein bisschen kaputt im Kopf, irgendwie weiß er. Wenn ihr diese gereizten Gemüter morgen um 11 Uhr nicht verpassen wollt, dann abonnierst Sie gerne hier oben meinen Kanal, um am Montag das Video nicht zu verpassen. Schaut Sie gerne hier noch in andere Formate rein. Ich kommentiere einmal den Bachelor und einmal AYTO. Lassen Sie gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Boah, am meisten tun mir halt echte Tiere leid, hey. Socklichkeitsprüfung.